Ich habe die Gülle-Pumpengabel wieder zusammengebaut und sie gleichzeitig vorne tiefer gelegt und zwar mit diesen billigen Distanz-Boxen von Ebay. Und wie, das zeige ich euch jetzt. Ich bin Raik. Willkommen bei The Boss Rides. Bevor wir gleich voll loslegen mit der Klärung und ich hier nur mit Gabelnamen um mich werfe, kleiner Disclaimer, wenn noch irgendwie der prinzipielle Aufbau von der Gabel unklar sein sollte, einfach nochmal das letzte Video gucken. Da zerlege ich die am Ende komplett und zeige, wie alles heißt. Jetzt können wir mal um die Tieferlegung reden. Wie stellt man sowas an? Man kann das natürlich machen, indem man das Standrohr kürzt, sich ein Gewinde reindreht, eine neue Feder nimmt, die ganze Gabel neu auslegt. Dann kann man das auch super brutal tiefer legen. Ich entscheide mich für eine bisschen moderatere Geschichte, die da anders dran geht. Und zwar, eine Gabel federt ja ein und aus und man könnte jetzt ja auch einfach sie nicht mehr so weit ausfedern lassen. Dann wäre sie ja auch tiefer und man müsste gar nichts kürzen. Wie stellt man das an? Es gibt eine Möglichkeit, man setzt Distanzbuchsen ein. Und weil ich mir das selber schlecht vorstellen konnte, habe ich das jetzt viel recherchiert, wie das genau funktioniert. Und, damit ich es besser erklären kann, habe ich eine Animation gebastelt. Wir haben auf der linken Seite in weiß das Standrohr und rechts in blau das Tauchrohr. Ich habe beide halbiert, damit man ein bisschen besser reingucken kann, was drin abgeht. Und wir brauchen jetzt zunächst mal nur das Standrohr. Ihr werdet merken, ich habe nicht alles dargestellt. Das ist jetzt nicht jede Dichtung, nicht jede Schraube dabei bei dem Gabelaufbau. Und wir machen es auch ein bisschen andersrum, als nachher, einfach um es besser darstellen zu können. Also die Bauteilreihenfolge ist ein bisschen anders im Zusammenbau, aber das soll jetzt nicht weiter ins Gewicht fallen. Es kommt in das Standrohr rein, der Dämpferkolben mit der Reboundfeder. Und darüber gleich die Hauptfeder. Ich habe jetzt auch nur eine genommen und nicht beide, wie es eigentlich war, ist für die Erklärung völlig egal. Gabelstopfen drauf, da sieht man schon, die Hauptfeder komprimiert natürlich, die wird kleiner und drückt. Und jetzt ist das nicht ganz präzise, sondern wenn man mal genau hinguckt, dann muss natürlich auch die Reboundfeder irgendwie im Gleichgewicht stehen. Die beiden drücken ja sozusagen vom Standrohr aus gesehen den Dämpferkolben hin und her. Und wenn oben die Feder voll komprimiert ist und Kraft auswirkt, dann muss natürlich unten die Reboundfeder irgendwie antworten und auch kleiner werden, bis die sich auf so ein Niveau einigen. Die Reboundfeder ist deutlich härter, deswegen macht die einen viel kleineren Weg. Aber dann haben die beiden sich so ausgeglichen und das Standrohr steht da so neutral drin. So, das bauen wir jetzt mit dem pinken Aluverschlussstück in das Tauchrohr wieder ein. Jetzt würde von unten eigentlich die Schraube kommen, die den Dämpferkolben mit dem Tauchrohr verbindet. Ist nicht dargestellt, müsst ihr euch einfach merken, der Dämpferkolben ist mit dem Tauchrohr fest. Jetzt drücken wir die Feder mal ein. Also wir komprimieren jetzt komplett durch und gucken uns an, was passiert. Die Hauptfeder wird natürlich weiter komprimiert, aber die Reboundfeder, das sind diese beiden Kammern, die Reboundfeder hat jetzt mehr Platz. Die geht auseinander. Oben die Kammer, die obere Federkammer wird kleiner und die untere wird größer. Die Reboundfeder entspannt so lange, bis sie ihre neutrale Länge erreicht hat und danach fällt die mit dem Standrohr runter. Die bleibt dann unten liegen und macht eigentlich gar nichts mehr. Und wenn die jetzt wieder hochkommt, also das Standrohr wieder ausfedert, eine Ausfederbewegung, dann könnte ich mir einfallen lassen, die nicht ganz ausfedern zu lassen und die restliche Distanz zu nutzen und da was einzusetzen, damit es halt nicht wieder ganz raus geht. Jetzt ist es so, ich schiebe die Reboundfeder nach oben und setze eine Distanzbuchse unter die Reboundfeder. Aus zwei Gründen. Erstens werden die mit Sicherheit außen im Standrohr anliegen und ich möchte nicht, dass die da so rumrutschen. Ja, die sollen sich zum Standrohr nicht bewegen, sondern die sollen immer unterliegen. Deswegen setze ich die unter die Reboundfeder. Der zweite Grund ist, dass es da einfach weniger Betriebspunkte gibt, in denen die Buchse die Dämpferkolbenlöcher verdeckt. Ja, das ist halt nicht so gut, da wird die Dämpfung härter. Deswegen muss man auch darauf aufpassen, dass die Dinger innen den ausreichenden Durchmesser haben und nicht irgendwie komplett den Dämpferkolben zumachen, glatt und da so ein Zehntelmillimeter Spalt lassen, weil dann wird in diesen Betriebspunkten die Dämpfung einfach super hart. So, auch hier muss man jetzt natürlich sehen, dass die Reboundfeder wieder antworten wird. Also die wird wieder komprimiert werden. Jetzt ist ja insgesamt weniger Platz. Unten, oben ist das alles irgendwie ein bisschen enger geworden. Das heißt, die beiden Federn sind stärker komprimiert und man verliert unten. Deswegen ist die, also die Reboundfeder ist deswegen natürlich ein bisschen kürzer als in dem anderen Zustand, wenn sie ausgefedert ist. Deswegen wird man niemals die ganze Distanz von so einer Buchse gewinnen. Ich werde es ja erstmal mit zwei probieren pro Rohr. Das bedeutet, wir haben auf jeden Fall genug Platz. Insgesamt muss man natürlich sagen, dass das Ganze nicht eine so brutale Tieferlegung ermöglicht, wie wenn ich das Standrohr wirklich kürzen würde und mit anderen Federn arbeiten. Dafür kann man aber mit einer Gabel arbeiten, die im Grunde von der Grundabstimmung her noch genau dieselbe ist. Nur halt, dass sie wahrscheinlich ein bisschen härter anspricht. Aber spätestens, wenn die Reboundfeder komplett ausgefedert ist, benimmt sich das Ding genauso wie vorher. Wir haben ja nichts geändert. Also gut, die Buchse schwingt mit, aber sonst nichts. Das heißt, das ist der moderatere, einfachere Weg und den suche ich mir jetzt auch erstmal aus. Es kann schon viel ausmachen, da nur ein paar Millimeter zu gewinnen, um ein Motorrad optisch tiefer zu kriegen. Auch wenn man immer erst denkt, das ist gar nicht so viel. Im Vergleich zu der Originalgabel sieht das dann hier jetzt in der Animation ungefähr so aus. Und damit könnten wir jetzt eigentlich loslegen. Irgendwas haben wir doch beim letzten Mal, war doch so ein Riesenproblem. Was war denn das? Wir hatten doch irgendwelche Teile. Hm, irgend so ein kleines Teil war da. Ich kann mich nicht genau erinnern. Die großen Bauchschmerzen beim letzten Mal waren die verrosteten Standrohre. Ich habe ja schon gesagt, dass die tot sind sozusagen. Und es gab hier ja einige Diskussionen, dass man die auch polieren könnte. So schlimm sähe das ja alles gar nicht aus. Und ehrlich gesagt, habe ich mir die Preise angeguckt und habe gedacht, ja stimmt, man sollte da irgendwas machen. Und habe die gerne geschickt zum Polieren, weil ich es wenigstens ausprobieren wollte. Ich finde die Idee an sich gar nicht so gut, obwohl ich weiß, dass es viel gemacht wird. Weil ja die Chromschicht definitiv kaputt ist, wenn der Rost durchkommt. Der Chrom will ja nicht rosten, sondern es ist ja das Eisen da und runden da. Und das heißt ja, dass die auch schnell wieder nachrosten. Aber bei den Standrohpreisen wäre das eine gute Alternative gewesen. Also hat Gerdi das gekriegt. Den kennt ihr noch aus dem allerersten Video, wo ich die Werkstatt aus dem Keller vorstelle. Und da ist er kurz zu sehen auf der Güllepumpe. Naja, Gerdi ist auf jeden Fall der Polierer meines Vertrauens. Und hat die Teile bekommen und sollte mir die dann mal glatt polieren. Dann hätten wir das schon ausgebildet und dokumentiert, wann die wieder rosten und wie schnell das alles geht. Und Gerdi hat allerdings festgestellt, dass die total im Arsch sind, weil da schon richtig große Chromplacken abgeplatzt sind. Und dann ist endgültig Feierabend. Das kriegt man nicht mehr poliert. Die sind einfach kaputt. Ich habe die Standrohre noch nicht wieder, weil mich wundert, dass wir das nicht gesehen haben beim letzten Mal. Aber ich habe vielleicht einfach nicht darauf geachtet. Gerdi hat mir alternativ dann angeboten, ich habe hier aber noch eine CB 711 Gabel rumliegen. Also eine Bolle. Was total super ist, ist ja auch Honda. Und das alles sah ziemlich nach Baukassensystem aus. Und die ist hier. Das ist die Gabel. Die hat Gerdi mir geschickt. Vielen, vielen Dank. Total geil. Ich habe mir das angeguckt. Es passt alles fast. Ich hätte mich natürlich total gefreut, weil die Gabelrohre, die Standrohre sind 2 mm dicker als die Güllepumpengabelrohre. Das hätte natürlich besser ausgesehen. Aber es ist viel zu viel Aufwand. Die Achse unten ist breiter. Das heißt, ich muss die andere Felge nehmen, die Reifen nochmal umziehen und unterschiedliche Sachen machen. Also es passt halt alles genau nicht. Bremsaufnahme nicht unten. Und dann habe ich gesagt, gut, ich will irgendwie weitermachen, auch wenn ich den fetten Look an der Gabel total gut gefunden hätte. Keine Chance. Was habe ich gemacht? Ich habe neue Standrohre gekauft. Tatsächlich. Ich habe einen sauren Apfel gebissen. Jetzt ist das Budget für den Hinterraddämpfer weg, das ich eigentlich eingeplant hatte. Muss ich mal sehen, wie das weitergeht. Aber wir haben neue Standrohre. Nagelneu. Natürlich ein Replika. Nicht von Honda Original. Aber eins zu eins. Das, was wir brauchen. Blitzeblank. Und die und die ganzen anderen Teile, die ich für die Instandsetzung von der Gabel geholt habe, baue ich jetzt auf. Zeige ich auf der Werkbank kurz. Und dann machen wir uns dran, die Gabel wieder zusammenzusetzen. Ich war groß shoppen im Internet für die ganzen Instandsetzungsteile. Und das hier, dieser Bereich, das kommt aus den Niederlanden von CMSNL.com. Das ist der Maskottchen, das war mit dem Paket. Aber unabhängig davon, was da ganz großartig ist, ist, dass man an Explosionszeichnung genau sehen kann, welches Teil man bestellt, also welches man braucht. Und kann das dann direkt aus den Explosionszeichnungen sozusagen in den Warenkorb packen. Das finde ich ganz cool. Das sind die Kolbenringe. Hier sind die Gleitbuchsen mit Teflon außen. Gleitbuchsen mit Teflon innen. Hier haben wir die kleinen O-Ringe oben für den Luftschlauch. Und hier sind die Stützscheiben. Das, was weggerostet ist, die ich das letzte Mal nur so gestrichelt angezeichnet habe. Nochmal O-Ringe für die Stopfen. Jetzt kann man sich natürlich fragen, okay, warum bestellt der O-Ringe vereinzelt original von Honda mit? Ich finde, man kann so einen Oldtimer-Shop unterstützen, wenn es da noch Teile gibt. Und nehme dann auch gerne mal einen O-Ring für ein paar Euro. Und hole die mir nicht aus dem großen O-Ring-Sortiment. Hier hinten sind die Standrohre. Das hatten wir ja schon. Und hier liegen halt nochmal Staubkappen und Wellendichtringe. Die habe ich, glaube ich, von Ebay. Den Link zu allem von dem packe ich euch sowieso unten unter das Video. Und hier sind die Tieferlegungsbuchsen. Und mit dem ganzen Kram können wir jetzt loslegen und die Gabel wieder zusammenbauen. Die Gleitbuchse will ich jetzt hier raufsetzen. Und die ist so zu eng. Die kriegt man so nicht rübergeschoben. Die kann man hier einfach am Spalten ein bisschen aufspreizen. Und dann drüber setzen. So. Hier, das ist eigentlich eine Zange für einen Sicherungsring, aber das geht, glaube ich, ganz gut. Hier, das ist eigentlich eine Zange für einen Sicherungsring, aber das geht, glaube ich, ganz gut. Was jetzt als nächstes kommt, ist, wir bauen Standrohre und Tauchrohre wieder zusammen. Hier unten ist das Aluverschlussstück. Ich nehme mal vielleicht die GoPro mit und halte die ein bisschen näher dran. Das muss wieder hier unten rein. Ja, gleichzeitig kommt der Kolben so rein und der braucht jetzt natürlich die Reboundfeder drauf. Und die beiden Distanzhülsen hier zum Tieferlegen. Nehmen wir gleich mal beide. Sonst lohnt sich das ja nicht. Die sitzen hier jetzt übrigens noch so ein bisschen schlackerig drauf. Und man könnte jetzt Angst haben, dass die genau vor den Löchern sitzen an der Stelle. Aber dadurch, dass die im Standrohr ziemlich zentriert sitzen, also ziemlich passgenau im Standrohr außen, wird hier immer ein kleiner Spalt zwischen sein. Das kommt hier so rein. Aber jetzt hätte ich fast vergessen, hier oben fehlt ja noch der Kolbenring. Hier ist der neue Kolbenring. Die sind irgendwie grau. Die alten waren weiß, aber ansonsten ist da nichts Neues mit. So, das ist ganz einfach. Ja, der ist hier, das ist ja einfach nur ein Kunststoffteil. Den kann man einfach von Hand hier so drüber. Zack, neuer Kolbenring drauf. So, da kommt der Kolben raus. Hier ist das Aluverschlussstück. Das sitzt so hier drauf. Was ich jetzt noch machen werde, ist, ich will den Teflonring hier nicht ganz trocken einsetzen, sondern ich gebe dem vorher mal ein bisschen Öl. Also das ist natürlich auch das Gabelöl, was nachher reinkommt. Ja, gleitet schon hervorragend. Das ist die Schraube, die da unten rein gehört. Da war der Dichtring ja auch schon total verbeult und irgendwie krumm und schief und außerdem auch zu groß. Deswegen gehe ich hier mal mit meinem Sortiment ran und nehme mir mal einen schönen neuen dünnen Ring. So, der ist jetzt auch nicht breiter als der Schraubenkopf. Das heißt, der kann hier perfekt unten in dem Loch verschwinden, in der Bohrung. An der Stelle sind jetzt noch zwei Hinweise gut angebracht. Und der erste ist ganz besonders wichtig, und zwar die Gabel für Schlussschraube. Die müsste jetzt eigentlich gut entfettet werden und dann mit Schraubensicherung, zum Beispiel Loctite, eingesetzt werden und in den Kolben geschraubt werden von unten. Ich werde das nicht machen. Ich werde die so, wie sie ist, einschrauben, weil ich das erstmal so zusammen haben möchte, mir angucken möchte, ob das funktioniert, und nachher nicht das Problem haben möchte, das wieder auseinanderzunehmen. Ich möchte nämlich das Tauchrohr noch schwarz machen. Also ich muss das sowieso noch einmal zerlegen. Dann, wenn wir alle Oberflächen lackieren, Pulver beschichten und die ganzen Oberflächenbehandlungen damit machen. Und deswegen jetzt ohne Schraubensicherung, aber wenn wir durch die Gegenfahrt unbedingt mit Schraubensicherung einbauen. Und der zweite Hinweis ist der, dass jetzt da drin in dem Rohr hier, kann sich ja alles frei drehen. Das heißt, wenn ich jetzt die Schraube hier reinschraube, dreht der Kolben drin einfach mit. Deswegen ist es an dieser Stelle angebracht, das einmal trocken mit den Federn zusammenzubauen, oben den Stopfen schon mal rein, einfach nur, damit da ein bisschen Spannung drauf ist und hoffentlich den Kolben festhält. Ich habe die Gabel jetzt wieder in meinen Holzschraubstock eingespannt und fange jetzt an, setze einfach die Feder rein. Wie gesagt, trocken, nur zum Gegenspannen, dass oben was auf den Kolben drückt. Federsitz. Und die Vorspannfeder. Den auch trocken und ohne Ohrring, damit es einfach ist. Den Stopfen oben rauf und jetzt natürlich total spannend, weil das Ding ja nicht mehr so weit rauskommt und wir mehr Vorspannung aufbringen müssen als beim... Ach du Scheiße, ey. Boah, ey. Hier ist ganz kurz Hängen drauf, ey. Die geht auf Block, das ist... Ich glaube, ich probiere es doch erstmal nur mit einem bis dahin Stück. Ich kriege die Gabel gar nicht mehr zusammen mit zweien. Oh, okay. Ja. Wer das mit einem Drehmomentschlüssel einsetzen möchte, im Werkstattmanual stehen 15 bis 25 Newtonmeter. Ungefähr so viel. Dann können wir der Ölablassschraube hier auch nochmal einen neuen Kupferring spendieren. Hier ist die neue Gleitbuchse fürs Tauchrohr und die muss da eingetrieben werden, dass die bündig im Tauchrohr sitzt und dafür werden wir den alten Stützring benutzen. Der kommt ja auch wieder rein. Der kommt so hier rauf und dann kommt man natürlich immer noch nicht ran, aber wir haben ja zwei alte Gleitbuchsen von dem Standrohr, die genau denselben Durchmesser haben, den passenden und die kann man einfach hier oben raufsetzen und dann hat man eine Chance, oben mit genug Kraft und Impuls die Gleitbuchse bündig einzutreiben. Dafür brauchen wir allerdings eigentlich einen Eintreiber, den habe ich nicht. Es macht doch überhaupt keinen Sinn, wenn man jetzt nicht eine Werkstatt betreibt, in meinen Augen sich so einen zu kaufen, denn wir können einfach die Gabelbrücke, die obere vom Motorrad abschrauben und die dafür missbrauchen. Dann geht der Spaß los, würde ich sagen. Also Gleitbuchse ist unten drin, Stützring ist drauf, die alten beiden Gleitbuchsen oben drauf, alles schön mit Öl eingeschmiert, damit das flutscht und vor allen Dingen, damit wir hier, wenn wir unseren Eintreiberhammer benutzen, nicht zu viel auf dem Standrohr trocken rumrutschen, ist natürlich auch nicht so schlecht. Dann kann man jetzt hier einfach das Ding aufsetzen und Gas geben. Ich mache das jetzt mit so einem spitzen Pieker, keine Ahnung, irgendwas, was ihr habt, um zu fühlen, ob es hier noch einen Höhenunterschied gibt. Und da ist noch einer. Also das ist noch nicht ganz bündig drin, das Ding. So, das ist jetzt natürlich schwer zu vermitteln, wie sich das anfühlt, aber ich meine, es ist klar, was ich hier mache, oder? Ich gucke, wie tief sich das anfühlt und stelle fest, das Ding ist tief genug drin, das passt. Jetzt kann der Stützring gleich wieder rauf, mit der Krempe nach oben natürlich. Ja, der soll ja da flach aufsitzen. Mit dem Wellendichtring ist das jetzt genau das Gleiche. Schön geölt, eintreiben, die Schrift, die kleine Modellbezeichnung von dem Wellendichtring nach oben und dann mit der Stützscheibe, die wir jetzt gekauft haben, die weggerostet oder verschwunden war bei der Demontage und den zwei alten Wellendichtring aus beiden Rohren zusammen, kann man den dann auch genauso mit der Gabelbrücke eintreiben, bis er tief genug drin ist. Hier oben am Standrohr muss man ein bisschen aufpassen, wenn man neuen Wellendichtring rüberzieht. Wenn es hier zu scharfkantig ist und hier man spürt, dass der sich da aufschneiden könnte und quasi gleich wieder undicht werden würde, dann sollte man das hier mit Isolierband abkleben zum Beispiel, also entfetten und einmal Isolierband um den Rand. Ich habe jetzt einfach den Gabelstopfen drauf und kann hier rumführen und das ist alles schön rund und glatt und dann mache ich mir überhaupt keine Sorgen, da treibe ich so den Dichtring einfach drüber. Ich habe jetzt hier. Hier ist es jetzt ein bisschen einfacher zu erkennen, wann man tief genug drin ist. Und zwar, wenn man hier in die Nut kommt, wo der Sicherungsring reingehört, und das ist hier der Fall, wenn der da easy drüber sitzen kann, noch über der Stützscheibe, dann ist man tief genug drin. Und das haben wir hier jetzt in einem Zug geschafft. Hervorragend, dann kann jetzt der Sicherungsring da rauf. Und zu guter Letzt kommt dann noch die Staubkappe drüber, die neue. Das ging viel zu leicht. Die sitzt doch niemals da drin fest. Aha. Okay, die Staubkappen flutschen raus. Die Durchmesser stimmen. Eigentlich, die Form ist ein bisschen eine andere, aber nur oben. Die müssten eigentlich passen. Der große Unterschied bei den beiden ist, die, die ich gekauft habe, sind viel weicher. Die kriegst du ja gar nicht eingedrückt. Die sind richtig fest. Und die waren ja auch fest in der Gabel drin. Ist zwar nicht ganz ideal, aber ich baue jetzt die alten wieder ein. Ich weiß nicht, was hier schief gelaufen ist. Die müssten ja dann festhalten. Und das ist zwar ein bisschen uncool, weil die natürlich nicht mehr ganz so schützen, wie die neue das tun würden. In unserem Fall ist das aber egal. Warum, verrate ich euch, nachdem wir das Öl eingefüllt haben. Okay, jetzt ist wieder die alte drauf. Das heißt, ich denke jetzt mal, die ist die auch... Ja, die bleibt auch drauf. So soll das sein. Vor dem Öl anfüllen muss natürlich der Gabelstopfen wieder ab und die Federn raus. Aber das sollte jetzt ja kein Problem mehr sein. Ich habe ja beim letzten Mal den Trick rausgefunden. Gabelstopfen festhalten von oben und runterdrücken. Und dann das Rohr drehen. Auf der anderen Seite habe ich das jetzt genau so gemacht. Das ist ja das Gleiche in grün. Die beiden Gabelbeine sind ja sehr gleich. Und jetzt ist nur noch die Frage, wie viel Öl muss da rein? Weil das ist der nächste Schritt. Öl auffüllen. Und jetzt gibt es sehr unterschiedliche Angaben dazu. Einmal habe ich hier die Reparaturanleitung. Über die haben wir ja schon mal gesprochen. Die spricht von 275 Kubikzentimetern pro Gabelrohr. Ich weiß nicht, wie die da drauf kommen. Denn wenn man in die Original-Honda-Unterlagen guckt... Hier ist ein Ausdruck aus dem Original-Honda-Werkstatt-Handbuch. Allerdings für die Amis. Also in dem Fall für die GL500 Interstate heißt die da. Da sprechen die von 210 Kubikzentimetern. Ich würde jetzt davon ausgehen, dass die gleiche Gabel da drin ist. Und würde die Honda-Unterlagen natürlich dieser Nicht-Honda-Reparaturanleitung vorziehen. Wenn wir nicht sowieso das Problem hätten, dass da andere Federn drin sitzen. Ich nehme ja an, das sind Wirtfedern. Aber ich weiß es nicht. Selbst wenn es Wirtfedern wären, könnten wir uns nicht auf die Angabe verlassen. Die machen es übrigens andersrum. Also die geben nicht die Füllmenge an, sondern die Höhe der Luftkammer von oben, wenn die Gabelrohre eingesteckt und die Federn draußen sind. Das sind 140 Millimeter. Aber erstens weiß ich nicht genau, ob es Wirtfedern sind. Und zweitens haben wir noch ein zusätzliches Bauteil drin. Nämlich die Distanzbuchse, die ich unten reingesetzt habe, damit die Gabel nicht so weit rauskommt. Wie sich das jetzt beeinflusst, ob das überhaupt die Federn sind, ich habe keine Ahnung. Für mich bedeutet das jetzt, ich muss raten. Das ist im Normalfall nicht so, weil wir eigentlich ziemlich genau wissen, welches Motorrad wir haben und wie viel da rein muss und welche Federn wir verbaut haben. Ich weiß es jetzt nicht. Ich würde es einfach mal drauf ankommen lassen und die 140 Millimeter einstellen. Einfach auch, weil das viel einfacher ist, als das genaue Volumen zu messen. Und wie ich das veranstalte, ohne eins von diesen teuren Sets zu benutzen, zeige ich euch jetzt. Teure Sets, Füllhöhe einstellen, wovon redet der Mann? Es geht ja darum, von hier zu messen, wie hoch das Öl hier steht und den überschüssigen Teil abzunehmen. Dafür gibt es jetzt Sets, die kann man kaufen. Die bestehen im Grunde aus einer Spritze, einem Plastikschlauch, so einem langen Röhrchen und einer Scheibe hier oben, die das Röhrchen abhält, davon reinzufallen. Die kosten so um die 20 Euro und das ist ganz schön teuer, finde ich, für eine Plastikspritze und ein bisschen Metall. Und deswegen habe ich mir das hier besorgt. Das macht ja quasi fast das gleiche, kostet 80 Cent bei DM. Und der Plan ist jetzt, ja, ihr versteht, das da rauszusaugen auf der richtigen Höhe. Die Frage ist, die erste, die sich stellt, ist, wie verhindere ich das, dass es hier reinfällt. Und da nehme ich jetzt einfach die Unterlegscheibe von meiner Gabelbrücke, wenn ich sie dann finde. Hier ist sie. Irgendwas, was halt aufliegt und verhindert, dass das Ding hier reinfällt. So, jetzt habe ich schon mal einen definierten Anschlag. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch die Länge nach unten einstellen. Und damit herzlich willkommen zur Bastelstunde. Ich habe hier Partystrohhalme, die werde ich als Verlängerung benutzen. Wir suchen uns hier mal irgendeine schöne Farbe raus. Ah ja, komm, nehmen wir einen Pink. So, und dann Panzertape. Und jetzt einfach den hier drüber gesteckt, das müsste ja... Das passt auch echt gut. So, jetzt messe ich hier die 140... Ach so, die Scheibe sollte ich vielleicht drunter legen. Die untere Fläche von der Scheibe ist natürlich die Auflagefläche oben an der Gabel und ab hier 140 Millimeter. Fertig. So stelle ich mir das vor. Jetzt die Füllmenge einzustellen, wird hoffentlich eine einfache Geschichte. Hier habe ich das Öl. Ich muss ja jetzt eigentlich nur sehen, dass das Standrohr ganz eingesteckt ist. Und dann muss hier mehr Öl rein, als nötig, dass hier das Ende vom Strohhalm, dass ich hier deutlich sehen kann, dass es im Öl steht. Und dann pumpe ich einfach das Überflüssige wieder ab und habe dann genau 140 Millimeter von hier oben. Macht bestimmt Sinn, das mal hoch und runter zu pumpen, dass das Öl überall hinfließen und die Luft überall raus kann. Das funktioniert ja richtig gut. So, Gabel eingestellt. Geil. Okay. Okay. Nachdem jetzt beide Gabelbeine auf das gleiche Niveau eingestellt sind, können die Federn wieder rein, also erst die Hauptfeder hier, enge Wicklung nach oben, dann den Federsitz nicht vergessen, die Scheibe die zwischen der Vorspannfeder und der Hauptfeder saß und die Vorspannfeder, die hat keine Richtung, die ist auf beiden Seiten gleich. So, dann Gabelstopfen wieder oben rauf. Ich habe den neuen O-Ring aufgezogen und den ein bisschen eingefettet und jetzt machen wir wieder den Affengriff hier. Kotz, nein. Tja, jetzt stehen sie endlich da. Zwei quasi völlig überholte Gabelbeine, rostfreie Standrohre, tiefer gelegt, Öl befüllt. Lang genug hat es ja gedauert, aber jetzt sind sie da und wir könnten sie direkt so ins Motorrad wieder reinwerfen, wenn nicht eine Sache noch an mir nagen würde. Und das ist der Durchmesser von den Standrohren. Ich war eigentlich ganz glücklich damit, aber dann habe ich Gerdis Gabel ausgepackt und gesehen, was schon zwei Millimeter mehr optisch einfach neben den fetten Reifen machen. Und ich würde gerne hier diese Spaghetti, die hier rausgucken, ein bisschen verstecken, damit das mit dem fetten Reifen nicht ganz so windig aussieht. Was machen wir? Mit der Gabel müssen wir leben. Also wäre die Idee, die Taurohre sollen eh schwarz werden und es wäre halt geil, wenn man jetzt einen fetten Faltenbalk hätte, der hier anfängt, gut aussieht und auf den Durchmesser passt. Wo kriegt man sowas her? Die Standrohre haben 35 Millimeter Durchmesser und das ist genauso viel wie bei der SR. Jetzt kenne ich durch Zufall einen Laden in Hamburg, der hat für die SR ein riesiges Sortiment, in dem ich mich auch noch hervorragend auskenne, weil ich da zufällig jahrelang gearbeitet habe. Und das ist Kedo. Kennt ihr bestimmt, wenn ihr SR 500, XT 500 fahrt, sollte euch der Laden nicht fremd sein. Hier für die GL haben die normalerweise nichts, aber ich habe mal die alten Kollegen angerufen und gefragt, ob die mir nicht die D-Track Faltenbälge schicken können, weil die extrem fett aussehen und zumindest hier oben der Durchmesser passt. Und wenn die sitzen, Leute, dann haben wir gewonnen. Dann wird das richtig geil. Und das probieren wir jetzt mal aus. Dann können wir die jetzt hier einfach drüber fummeln. Hier unten haben die sogar eine Nase. Ich habe mich bei der SR immer gefragt, wofür die ist, aber hier sind die Rillen da. Das ist hervorragend. Ist wieder für gemacht. Das könnte echt... Oh, Alter, das sitzt ja richtig gut. Ey, bombenfest. Das ist ja richtig geil. Die andere Seite auch noch. Ey, das ist wieder viel gemacht. Ich finde, das ist auch geil. Man kann auch mal Glück haben. Das ist auf jeden Fall der Grund, warum ich gesagt habe, es ist nicht so wichtig, dass die Staubkappen jetzt nicht ganz so neu sind, weil wir hier ja noch den Extraschutz davor haben. Ich finde es sowieso ganz gut. Dann gibt es auch keinen Steinschlag. Das kommt halt noch dazu. Das ist halt auch super. Es ist einfach ein Knaller, dass die da so rüber gehen. Ich glaube sogar, dass die GL hinten in der Gabel, also in der Gabelbrücke noch Löcher hat für die Ösen hier, dass wir die hinten auch wirklich festschrauben können und hier nicht irgendwie so mit dem Kabelbinder rummachen müssen. Leute, das wird gut. Das wird echt geil. Gabelbrücke und Lenker sind oben wieder drauf. Dann kann Gnumi da wenigstens sitzen und alles von oben filmen. Und außerdem machen wir das hier mal in Ruhe. Das soll jetzt nicht Teil von diesem Video sein. Jetzt schieben wir die Gabelrohr wieder rein. Ich bin mega gespannt, wie das mit den Faltenbägen kommt. Achso, an der Stelle kann man ganz gut sehen, die beiden Gabelbrücken sind ja jetzt noch gegeneinander verdrehbar hier. Insbesondere, weil man die oben nicht klemmen kann, bleibt die das sowieso immer ein bisschen. Man sollte jetzt aber auch, wenn man eine hat, die man oben festklemmen kann, generell erst mal unten festziehen, also beide Rohre rein, dass die oben auch drin sitzen und dann hier unten festziehen und dann oben, weil nicht erst die Gabelbrücke sozusagen fixieren, dass die leicht schief zueinander stehen können und dann die Gabelrohre irgendwie da rein prügeln. Das ist halt eher schlecht, sondern erst die Gabelrohre durch und die sozusagen entscheiden lassen, sich so zentrieren lassen, wie die Gabelbrücken zueinander stehen sollen. Ich richte die jetzt auch schon so aus, dass die Öffnung so einigermaßen sinnvoll nach vorne zeigen in dem Winkel, damit da hinterher der Luftschlauch wieder langlaufen kann. Ich könnte die jetzt auch nach außen drehen oder so, aber das macht natürlich keinen Sinn, sondern der soll ja hier in einem schönen Bogen so laufen. und deswegen stelle ich die Rohre schon mal so ein, bevor ich die festklemme. Und jetzt guckt mal, das Ding gehört da drauf. Wenn ihr den Faltenbalg so anguckt, das könnt ihr vielleicht auch wieder eine Rille weiter hoch, damit der ein bisschen entspannter aussieht. Ich habe leider noch keine schöneren Schrauben. Ich hätte hier gerne am Ende irgendwann alles schwarze Schrauben, aber das ist einfach noch nicht. Das ist die Öse hier nicht weit genug. Wofür sich diese Sicherungsringzangen alles missbrauchen lassen, ist auch geil. Müsste ein bisschen gedreht sein. Jetzt muss hier wieder der Luftschlauch rein. Der besteht ja aus mehreren Teilen. Hier ist ein frei drehbares Ende, wo so ein Gewindestück drin steckt. Und hier ist ein festes Ende. Das feste Ende muss zuerst rein. Da habe ich überall schon mal neue Ohrringe drauf. Die sind auch gefettet. Und das feste Ende schraube ich jetzt hier rein. Das mache ich zuerst fest, weil der Schlauch ja dafür mitdrehen können muss. Und sobald ein Ende fest ist, geht das nicht mehr. Und das lose Ende schraube ich auf die andere Seite. Hier dem Gewinde gebe ich auch noch mal ein bisschen Fett. Da sitzt ja auch so ein Kegelsitz drin, der das noch ein bisschen abdichtet. Also einfach mal ein bisschen abfettender Ding. Jetzt noch das Ventil. Auch mit neuem Ohrring und gefettet. Kappe drauf. Um den Druck kümmern wir uns später mal, wenn wir irgendwie ein bisschen Erfahrung mit der Gabel haben. Und dann, Leute, war es das. Rad rein. Und dann sind wir durch mit der Gabel. Oh, hier oben noch wieder festziehen. Stimmt. Ich habe die Mofa hier wieder zusammengeklemmt. Das heißt, vorne reingeworfen, schnell Lenker draufgeschraubt, damit man mal sieht, wie sie jetzt liegt. Ich sehe gar nicht so viel. Das heißt, ich habe jetzt nicht den Eindruck, als ob wir so wahnsinnig viel tiefer gekommen sind. Wie auch, wenn wir nur eine Buchse reinbekommen. Was mich auch ein bisschen gewundert hat, aber ist okay. Jeder Millimeter zählt. Also wenn wir einen Zentimeter geschafft haben, dann ist das schon echt viel. Die Gabel soll ja auch noch funktionieren. Und optisch wird das auch. Diese Nummer hier habe ich jetzt ganz zum Schluss aufgenommen. Eigentlich ist das ganze Video schon fertig, aber ich konnte es nicht. Ich habe es nicht übers Herz gebracht. Ich wollte jetzt einfach wissen, wie viel sind wir tiefer gekommen. Ich habe alles nochmal rausgerissen, die Buchse rausgenommen und nachgemessen. Und siehe da, wir sind wirklich fast eine ganze Buchsenlänge tiefer gekommen. Und zwar haben wir hier jetzt eine Länge vom Standrohr, von der Staubkappe hier unten bis nach oben von 447 Millimetern. Und auf der anderen Seite von 423 Millimetern. Das macht einen Unterschied von 24 Millimetern. Die Buchsen sind 26 Millimeter lang. Also haben wir wirklich fast eine ganze Buchsenlänge geschafft. Die Theorie ist bestätigt. Ich bin erleichtert, auch wenn ich den Kram da jetzt wieder reinrödeln muss. Und 24 Millimeter ist tatsächlich gar nicht so wenig. Wenn man sich überlegt, dass die GL von Haus aus nur 130 Millimeter Federweg hat, dann haben wir hier schon richtig was geschafft. Das ist natürlich bei Motorrädern, die mehr Federweg haben, viel, viel dankbarer noch diese Methode. Wie dem auch sei, jetzt könnt ihr loslegen, mit Buchsen auch alles tiefer legen. Ich bin glücklich, auch wenn dieser kleine Abschnitt hier jetzt irgendwie ein bisschen reingequetscht war. Aber ich musste das einfach, sonst wäre das Video irgendwie nicht rund gewesen. Hervorragend hat das auch funktioniert mit den Faltenbelgen. Finde ich total geil, wie einfach die da raufgingen. Also die sind ja wie für das Motorrad gemacht eigentlich. Ich wundere mich, dass das nur SR 500 Faltenbelge sind. Und Kedo, nochmal vielen, vielen Dank. Ich packe den Link hier unten rein. Und ihr solltet die unbedingt auch für die GL anbieten. Ist bestimmt ein riesen Markt. Gerdi, auch nochmal vielen Dank für die Gabel. Und das Vorderrad ist auch überhaupt keine Selbstverständlichkeit. Ist aber so ein riesen Karton, dass sie einfach mal nach Berlin zu schicken, damit ich das ausprobieren kann. Hat jetzt ja leider nicht geklappt. Ich würde mich umso mehr freuen, wenn du mal vorbeikommst und dir die Dinger hier wieder abholst. Und ich dir mal die Werkstatt zeige, die ich auch von dir habe. Wie es hier jetzt aussieht. Und echt danke nochmal dafür. Und ein ganz großes Dankeschön auch an Raymond 3D Raimund, der mir einfach mal eine komplette Bibliothek für die GL geschickt hat. Also Werkstatthandbücher, alte Zeitschriften, in denen steht, wie man die Comstar-Räder auseinanderbaut. Tausend Sachen. Der absolute Hammer. Jetzt weiß ich auch, dass die Standrohre hier so reingehören. Die umlaufende Nut schließt oben mit der Gabelbrücke ab. Dafür gibt es Fotobeweise jetzt. Und alles andere echt eine Riesenhilfe. Vielen, vielen Dank. Und damit sind wir für heute am Ende dieser Folge angekommen. Und das Beste kommt wie immer zum Schluss. Eure Rides. Was ich am allerschönsten finde bei der MeinRide-Geschichte hier zum Schluss ist, dass ich sehe, dass da auch noch andere Leute draußen sind, die genauso eine Schraube locker haben wie ich, sich die Finger schmutzig machen und wahrscheinlich über allen möglichen Scheiß fluchen, der nicht funktioniert und mit ihren Motorrädern und den Umbauprojekten beschäftigt sind. Das ist total cool und ich freue mich doppelt für die, die die Zeit finden, da noch draußen rumzufahren und wirklich ein fahrbares Motorrad haben. Und genauso ist es mit dem ersten, das wir heute haben. Das ist, also wir haben heute sehr viele Premieren. Wir haben jetzt gleich eine Premiere, nämlich insofern, als dass ich nochmal ein Motorrad reinnehme, das wir beim letzten Mal schon hatten. Und das ist das von Telmo. Da haben wir das letzte Mal uns die SR400 ja angeguckt, wo er die Schinkos schon drauf hat, die E270, die fetten Reifen, genau wie auf der Güllepumpe. Das hier ist ein Bild, das ist noch von davor. Ich wollte das unbedingt haben, ich habe das bei ihm auf Facebook gesehen und wir haben lange hin und her geschrieben und Telmo, danke, dass du es mir dann auch nochmal per E-Mail geschickt hast, weil es zu blöd war, das aus diesem Facebook-Chatverlauf rauszuziehen. Mich hat das einfach umgehauen, ja. Das ist, finde ich, Kunst mit dieser Kulisse da hinten. Ich weiß gar nicht, was das ist, irgendein Bergwerk, irgendeine Fabrik, ich weiß es wirklich nicht. Was für ein traumhaftes SR-Bild. Hammer, einfach nur cool. Dann gibt es hier gleich die nächste Premiere und zwar haben wir die erste Harley auf dem Channel. Die hat mir Wolfgang geschickt über Facebook. Ich habe gleich gefragt, ob ich dieses Bild benutzen kann, weil ich den Bobber-Umbau einfach nur den Hammer fand. Und Wolfgang hat mir dankenswerterweise gleich dazu geschrieben, dass es sich um eine Night Train von 2001 handelt, weil ehrlich gesagt, Harley-Palette, ich habe überhaupt keine Ahnung. Von daher, danke. Und was man dazu natürlich sagen muss, ist, der Erbauer von dem Bike ist Gietel Bikes. Knallerbobber, richtig fettes Foto, geile Karre und ich bin froh, dass wir die erste Harley hier haben. Hier ist der obligatorische Gülle-Pumpen-Umbau. Finde ich immer super, wenn wir es schaffen, eine mit reinzukriegen. Diese ist von Voldemar und der ist mitten im Umbau. Zumindest war das, als er mir die Bilder geschickt hat. Ist ja jetzt auch schon eine Weile her. Ich finde besonders cool an der Karre die schöne Gabelbrückenlösung, die man da schon sehen kann. Die ist von der Honda CM400. Das Modell hatte ich so gar nicht auf dem Kreis, aber ich finde, die macht an der Gülle auch eine extrem gute Figur, weil die so clean und schön ist. Das wird bestimmt ein fettes Ding. Der nächste Umbau läuft meiner Meinung nach unter der Kategorie Scrambler, auch extrem schön aufgebaut. Und die Karre hat mir Hannes geschickt. Und es ist eine Yamaha XS360. Hatte ich auch so noch gar nicht gesehen. Vor allen Dingen nicht in freier Wildbahn, denn XS360 ist extrem selten. Umso schöner, die ist nur von 76 bis 77 gebaut. Und ein absoluter Hingucker. Und dann gibt es diese Umbauten. Da siehst du schon von Weitem, da stimmt alles. Super durchgeplant, konzeptioniert. Da ist jemand mit Designverstand dran und hat jede Schraube wahrscheinlich einzeln poliert. Ich habe keine Ahnung, wie man so einen sauberen Umbau hinbekommt. Hammergut. Das ist eine CB550 von Chris. Ich finde eine sehr schöne Lösung auch diese durchsichtige Scheibe hinten im Rahmen zwischen Hinterreifen und Vergasern, damit einem der ganze Dreck da nicht hinschleudert und es trotzdem total offen aussieht. Chris hat nicht nur die Idee gehabt, sondern hat mir noch einiges zur Gabelrecherche geschickt, was echt hilfreich war. Und hat auch noch viele andere Tricks auf Lager, wie baue ich mir eine Sitzbank um und wie lege ich die Elektrik im Motorrad. Und tausend geile Blogartikel auf seinem Blog 550modo.com. Guckt da auf jeden Fall mal rein. Ich stelle den Link hier unten selbstverständlich hin. Das lohnt sich, wunderschön gemacht. Der Blog ist eigentlich so schier wie das Motorrad. Jetzt habe ich zum Schluss noch etwas ganz Besonderes bekommen. Und zwar haben wir hier jetzt den ersten Joghurtbecher bei The Boss Rides. Ich habe mich super gefreut. Und wer sich jetzt vielleicht fragt, hm, komisch, GL500 schrauben, dann mit Bobbern und Choppern und Custombikes rummachen und jetzt am Ende den Ehrenplatz für unseren Supersportler. Was ist da los? Es liegt einfach daran, dass ich keine Lust habe, einen Unterschied zu machen. Ich stehe einfach auf alle Motorräder. Ich stehe im Grunde auf alle Zweiräder. Ich brauche normalerweise nicht mal einen Motor. Es macht im Grunde immer Spaß, sich da drauf zu setzen und damit abzugehen. Darauf kommt es mir eigentlich am meisten an. Und ich habe zum Beispiel auch überhaupt kein Verständnis dafür, warum ich nicht, wenn ich mit meinem Chopper hier, mit meiner kleinen SR hinter dem Elbhänger durch die Landstraße cruise, warum ich dann keine Supersportler grüßen soll oder keine Reisemaschinen. Weil ganz ehrlich, ich finde, wir Motorradfahren, das Leben ist schon schwer genug. Wir haben auf jeden Fall genug Hater und genug Leute, die uns von der Straße haben wollen. Wir müssen uns nicht noch untereinander bekriegen. Und man muss auch einfach mal sagen, es macht auch einfach einen Höllenspaß, so ein Ritt auf so einer Rakete wie hier. Das ist übrigens die ZDX-6R, die Christian mir geschickt hat. Und zum Thema Rakete, sein YouTube-Channel, den er hat, heißt passenderweise auch Taschenrakete. Und Christian zeigt da, wie man einen Vergasermotor, also vier Vergaser, gegen Einspritzung austauscht. Für, ich glaube, unter 400 Euro in mehreren Reihen. Davor habe ich einen halben Respekt. Ehrlich gesagt, ich breche mir schon immer die Finger hier, wenn es um Gabeln und so Kleinigkeiten geht. Christian, gut, dass du das machst. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht und kann jedem nur den Kanal empfehlen. Und damit sind wir nun wirklich am Schluss. Ich sage nochmal vielen Dank für die ganze Hilfe, für die Bilder, für die ganze Geduld, wenn ich mal wieder mit dem Video nicht rumkomme und ihr mir die Fotos geschickt habt. Ich freue mich über jede neue Einsendung. Wie gesagt, ich finde alles geil. Immer her damit. Wir nehmen das hier auf jeden Fall rein. Und, ach so, ja genau, wenn die Nummern über Facebook kommen, ist auch cool, kein Problem. Schreibt aber auf jeden Fall auf Facebook explizit rein, dass es für MyRide sein soll, weil ich natürlich jetzt keine Fotos nehme, wo ich nicht hundertprozentig weiß, dass es für euch cool ist, wenn ich die hier mit rein stelle. Das war es jetzt wirklich. Wir müssen beim nächsten Mal, glaube ich, endlich mal den GLL-Rahmen in der Hand halten. Also da wirklich alles ausräumen. Ein letztes Güllepumpe zerlegen, bevor wir endlich mit dem Aufbauen anfangen können. Wobei ich sagen muss, das ganze Supersportlage-Laber hat mich eigentlich auf meine kaputte GSX-R gebracht. Und vielleicht schieben wir das nächste Mal ein kleines, dreckiges GSX-R-Special ein. Lasst euch überraschen, ich tue es auch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Wie geht's wohl weiter? Findet es zusammen mit mir raus. Hier links ist das Abonnierknöpfchen. Rechts könnt ihr bei Taschenrakete reingucken, aber ihr dürft euch selbstverständlich auch hier die Augen viereckig glotzen. Hier geht's zum nächsten The Boss Rides Video. The Boss Rides Video